Ich bin Simon Kowalewski, ich hatte gerade eine Session angeboten zum Thema Kommunikation und Kulturrezeption bei Jugendlichen, heute im Jahr 2013, weil die Idee war, dass man Menschen am besten da abholt, wo sie schon sind, dass man sie am besten da ansprechen kann, wo sie ohnehin kommunizieren, wo sie ohnehin hingehen, um sich ihre Dosis Kultur zu holen und um das sozusagen überhaupt erst mal greifen zu können, haben wir mal Brainstorming gemacht, was für Wege zu kommunizieren oder Kultur aufzunehmen, kennt ihr eigentlich alle, da haben wir dann so ein ganzes Flipchart voll mit Zetteln hinterher gehabt und die haben wir dann sortiert auf zwei Achsen, einmal online bis offline, also wie online, wie offline sind diese Medien, da gibt es natürlich auch einen ganz großen Graubereich dazwischen und das andere war eben Kommunikation bis Konsum, also was ist sehr involvierend, wo machen die Leute vor allem selber Dinge oder kommunizieren mit einem kleinen Kreis und was ist halt so wirklich so klassische Breitenwirkung, also die klassischen Medien fielen da auch drunter, da hatten wir zum Beispiel den Zettel Kino, der hing bei Offline und Konsum ganz in der Ecke und wir hatten einen Zettel, der hieß Analoge Kommunikation, der hing bei Offline und Kommunikation und der war sehr eigenständig, also der hatte sozusagen seinen komplett eigenen Cluster gebildet und dann kam lange nichts und dann kamen die ganzen anderen Zettel und die haben wir so ein bisschen eingeteilt nochmal in drei Blöcke, das eine waren eben so die klassischen Offline-Medien, also da waren Poster dabei, wie gesagt, das Kino, Theater, Flyer, die Stadtmagazine, City und Tipp, da haben wir auch schon gesagt, da hat sich auch nicht sehr viel verändert, also da können auch Leute, die jetzt irgendwie 32 sind oder wahrscheinlich die schon 50 sind, auch mit den eigenen Erfahrungen aus ihrer Jugend durchaus noch mithalten, weil sich da nicht arg viel getan hat und im Online-Bereich hatten wir einmal bei Kommunikation, hatten wir eben so die ganzen Kommunikationsmedien, zum Beispiel auch SMS und Handy, die ja quasi auf dem absteigenden Ast sind, während WhatsApp oder Dropbox zum Beispiel jetzt als neue Medien der Kommunikation durchaus auch zu nutzen sind, haben wir festgestellt, dass man da dann eben auch so Individualkommunikation mit einzelnen Jugendlichen sehr gut machen kann, wenn man sich auf diese Medien einlässt und dann hatten wir oben noch die Online-Breitenkommunikationen, das waren eben Homepages zum Beispiel oder Pinterest-Profile oder Tumblars, wo man eben auch mit einer großen Menge von Leuten, die sich dann irgendwie da abonniert haben oder die das verfolgen, entsprechend kommunizieren kann und auch da ist es eben wichtig, wer Jugendliche erreichen will, muss sich auf möglichst viele dieser Medien einlassen. Das muss aber auch nicht unbedingt viel Arbeit sein, weil wir haben auch kurz darüber gesprochen, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, sozusagen die einzelnen Medien miteinander zu verbinden, dass man sozusagen einen Tumblr-Post, den man macht, dann auch automatisch bei Twitter hat, automatisch bei Facebook hat, automatisch bei Pinterest hat und, und, und. Also es hilft da, eine Struktur zu haben, dann ist es relativ wenig Arbeit, um die Leute, die eben bei diesen ganzen verschiedenen Medien sozusagen sind, gleichzeitig zu erreichen. Und das war, glaube ich, auch so die hauptsächliche Message, die wir dann bei unserer Session hatten.